Willkommen bei der Klientis BS Bank Schaffhausen. Wir sind Ihre starke Finanzpartnerin in der Region und sehr gut vor Ort verankert. Gern sind wir persönlich für Sie hier in unseren Geschäftsstellen in Neukirch, in Schlaten, in Halau, in Behringen, in Wilkingen, in Neuhusen und mitten in Schaffhausen sind wir diese Bank in ihrer Nähe geworden, dank der neuen Stadtfilialen beim Bahnhof. Wir sind die stärkste Regionalbank im Kanton, denn wir sind modern, leistungsfähig und eigenständig und wir bieten breite Produkte- und Dienstleistungspaletten an. Sehr wichtig sind unsere kontinuierliche und partnerschaftliche Beziehungen, mit allen unseren Privat- und Firmenkunden. Klientis BS Bank Schaffhausen – Ihre regionale Bank.